Julia und Franziska, liebe Schwestern, Gaby! Also bei unseren Auftritten tragen wir immer Dürndl. Wir haben zu Hause 17 Stück und wir sind einfach riesengroße Dürndl-Fans. Unsere Gleichaltrigen haben uns öfters auch belächelt, aber wir sagen einfach, wir kämpfen für unsere Musik, wir stehen dazu, weil es wirklich aus dem Herzen kommt und ja, es macht ganz viel Spaß. Die Musik, die wir in unserer Freizeit hören, ist der volksphämische Schlager, gar nichts anderes, kein Pop, kein Rock, gar nichts. Gar nicht, also es interessiert uns ehrlich gesagt auch gar nicht, also wir interessieren uns nur für die volksphämische Musik. Also wenn man im Radio irgendwas hört und die Musik geht schon los und wir hören die ersten Zwo, was weiß ich, wissen sofort, was das für ein Lied ist und wer das singt. Dieses Studium zur Musical-Darstellerin haben wir gesagt und möchten wir sehr gerne machen, einfach, dass wir es wirklich richtig erlernt haben. Es ist auch eine tolle Musikrichtung, also mit dem Gesang, Tant und Schauspiel und es ist eine ganz tolle, wunderbare Kombination. Also am Ballett gefällt mir jetzt zum Beispiel am besten, also dieser Spitzentanz ist ja sehr was Graziles, was auch ein bisschen mädchenhaft ist. Es gibt sehr schöne Pas de Deux, da tanzt man zu zweit. Ja, es ist einfach sehr facettenreich auch. Aber ja, wir bleiben trotzdem bei den Geschichten der David ganz fest. Wenn wir wirklich da gemeinsam auf der Bühne stehen, macht uns das sehr, sehr glücklich. Wenn auch unsere Fans dann da sind, die Familie da ist. Das ist das Allerschönste mit unserer eigenen Musik, mit den eigenen Liedern und es macht uns einfach sehr, sehr dankbar. Ja. Ja. Ja.